Die Stiftung Bildung und Gesellschaft hat im Grunde genommen drei Stoßrichtungen. Zum einen will sie darauf aufmerksam machen, dass Bildung nicht nur staatliches Monopol ist, staatliche Angelegenheit, sondern gerade auch zivilgesellschaftliche Aufgabe, aber auch sozusagen zivilgesellschaftliche Chance. Nicht selten sind zivilgesellschaftliche Initiativen, vor allen Dingen, wenn sie sich außerhalb der staatlichen Bildungssysteme und staatlichen Bildungsinstitutionen sozusagen positionieren, nicht unbedingt erfolgreich. Wir glauben als Stifterverband, dass es nur mit einem Miteinander zwischen staatlichen Einrichtungen und zivilgesellschaftlichen Initiativen zu einem möglichen Mehrwert für das Bildungssystem kommen kann. Das heißt aber, dass die zivilgesellschaftlichen Initiativen eine Wirkmächtigkeit erlangen müssen, sowohl was die kritische Masse angeht, oft sind es kleine, regionale Initiativen, die kaum bekannt sind. Das könnte der Stifterverband mit seinem Netzwerk ändern, indem er zeigt, was es für gute Beispiele gibt und die dann auch in dem politischen Diskurs verbreiten. Und das andere ist, diese oft regionalen und kleinen Initiativen, wenn sie denn gut sind, auch beraten, wie sie sozusagen ein gesellschaftliches oder nationales Rollout-Modell schaffen können. All das kann der Stifterverband leisten. Wir wollen also auf die Initiativen aufmerksam machen, sie befördern, sie begleiten und die Diskussion über Chancen und Risiken von zivilgesellschaftlichen Initiativen in der Bildung anstoßen. Vielen Dank.